Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Höhle. Willkommen zu einem neuen Undertale-Talen-Game, Pokémon-Spiel. Seht wie es soll's, willkommen zu Pokétale. Ich kann den Anfangs-Screen bewegen. Ja, ich hab das Spiel schon eine Folge angezockt, aber mein Aufnahmeprogramm hat die Audio versaut. Daher darf ich das Ganze jetzt nochmal machen und das finde ich sehr lustig. Naja, zwischendrin war Urlaub, deswegen will ich mich noch nicht so beschweren. Angeblich sind irgendwelche Ordner nicht da, weswegen manche Schriftarten komisch aussehen. Hier seht ihr es, Günther, zwei Pokémon, eins davon sieht ganz komisch aus. Ich mach aber ein neues Spiel, weil ihr wollt ja auch einen Anfang suchen. Hallo, sorry to keep you waiting. Welcome to the World of Pokémon, my name is Alphys. People and monsters call me the Pokémon, Professor. You need help? I am certainly capable of giving it. Ich brauch nix mehr. The World is inhabited by creatures we call it Pokémon. And people and Pokémon live together by supporting each other. Some people play with Pokémon, some battle with them. But we don't know everything about Pokémon yet. There are still many mysteries to solve. That's why I study Pokémon every day. I play Pokémon every day. So, what did you say your name was? Man hat mehr Buchstaben als in Undertale. Das heißt, ich kann mich Günther nennen. Klasse, ne? In der Originalaufnahme hab ich geschwankt, wie ich mich jetzt nenne. Ob ich Brisco vielleicht sogar nehme oder einfach Günther stimme. Aber warte. Ich habe mich am Ende für den Klassiker entschieden. Ich bleib bei Günther. Aber das Spiel gendert den Main Character. Nee, warte. Das wäre fast der größte Fall meines Lebens geworden. Der Hauptcharakter ist nämlich nicht männlich, sondern weiblich in diesem Spiel. Deswegen will ich jetzt Günther weiblich. So, you are Günther weiblich. What the fuck? Yeah. Are you ready? Your very own Pokémon story is about to unfold. You face fun times and tough challenges. A one of dreams and hopes and adventures with Pokémon Arrayids. Let's go. Sorry. Aber dem Auge, sorry. Das sah sicher toll aus auf der Facecam. Aber ich denke, dann das rauszuschneiden sonst. Yay. Und da sind schon unsere beiden Rivalen. Ezreal und Shara. Beide. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Ich weiß, dass es mindestens einen Arena-Leiter gibt. Ich weiß, dass meine Stimmen nicht die aus dem Undertale-Let's-Play sind. Ich habe mal wieder keine Ahnung. How I look. Das Englisch ist übrigens toll hier. You put on a cat, does not make you cool. You could at least support. Günther weiblich, what do you think? Do I look like a Pokémon Trainer? Mit der Originalaufnahme habe ich ja gesagt. Dann behauptet Shara, das war klar, dass ich das sage. Und Ezreal meint, ich supporten wenigstens. Oder Shara. Keine Ahnung, welches Geschlecht das ist. Wenn ich er oder sie immer mal wieder sage, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was sie sonst sagen sollen. Äh, nee. Äh, okay. Ich meine, es ist der, you like it, but on the opinion of ours, you should not care. Äh, ja. Look at time, time to sleep. Time to wait for tomorrow. Das sieht übrigens klasse aus, weiblich. Und ich hoffe, dass der In-Game-Ton nicht ein bisschen laut ist. Ich bin mit den ganzen Einstellungen noch nicht so vertraut, die ich hier hab. Hier haben wir einen Mülleim. Ich hätte mir vielleicht die Steuerung doch noch mal angucken sollen. Mann, welchen Knopf will ich drücken? Ja. Irgendwann werde ich's rausgehen. Wofür gibt's hier vielleicht? Hier gibt's Optionen, aber die hab ich alle schon an der Originalaufnahme gemacht. Steuerung gibt's hier, glaube ich, nicht. Und, ja, werde ich schon noch rausfinden. Ja, das sind halt die Ruinen, wie man sie kennt. Und jetzt im Pokémon jedes Haus hier ist verschlotten. Moment. Ich hab das grad... Ah, nee, ich bin dagegen gelaufen und das zählt schon. Ich dachte schon, ich hab's Himmel gekriegt, das Haus zu wählen. Wo denk ich hin? Hier sind gleich schön viele Bieren. Man bestätigt trotzdem mit dem Knopf mit. Nein. Natürlich bestätigt man mit dem Knopf. Ich hab doch schon Dialog weggedrückt. Und ausgewählt. Ich bin schlau. Ja, ich nehm die ganzen Bären mit. Hier hinten liegt ein Item. Ein Trank. Ich mein, natürlich Gift. Ich mein, da stand Poison und nicht Potion. Und die anderen sind noch am Warten. In general, Ephes lives in Hotland. Maybe that's why she's late. Ephes ist noch nicht da. The door's closed. Ephes always closet when leaving. Ja. Pech gehabt. Ich bin schon mal weg. Ähm, right. There are a lot of Pokémon. Ähm. Warum bist du so klein, Ephes? Oh, äh. Sorry, Guntur, weiblich. I did not recognize you. Ähm. It's good to see you again. Let's not waste time talking. I have to give you Pokémon. Come on. Ephes ist ein bisschen a-klein, wie ich finde. And finally came. Dr. Ephes, we can't wait to get our Pokémon. Ja, sorry to keep waiting. Well, let's go, guys. Well, who first? I let Guntur, weiblich. Choose Pokémon first. Äh, okay. Okay, Guntur, weiblich. Choose your Pokémon. Das Problem ist, dass man sich die Pokémon nicht angucken kann, bevor man eins wählt. Wir haben, ich glaube, hier ein komisches Hundemon-Typ Wasser. Hier haben wir eine Fusion, also hier haben wir irgendwie einen Glumanda-Typ-Pflanze oder so. Ja doch, irgendein Pflanzen-Glumanda oder so. Aber wir werden die alle gleich sehen. Meine Wahl ist aber das Feu-Riegel, das mit einem Lemley fusioniert wurde. Oh, man sieht das Bild nicht wegen meiner Facecam. Yeah, perfekte Platzierung. Äh, man wird's gleich nachsehen. Sorry. Aber hey, ich nehm gerade 1080p und ich glaube auch 60 FPS auf. Ich bin echt stolz. Ich hab zwar ne halbe Stunde gebraucht, um die Settings hinzukriegen und die Audio ist noch keinesfalls perfekt. Aber hey, ähm. Ich glaube, ich hab's im Original-Video-Fug oder so genannt. Toller Name, ich weiß. Meine Namen sind alle toll. Äh, äh. Alter, ich hab grad einen viel besseren Namen. Egal. Ich geh jetzt zu KFC, das ist Hot Wing. Wenn ihr das Bild gleich seht, werdet ihr wissen, warum. Und ich hab ja auch schon so ne, ein bisschen ne Beschreibung abgegeben. Hot Wing, auch wenn das W und das wiederum ein bisschen nah aneinander sind. Ah, naja, Chance. Äh, Squiff, ein extra Lanchise. Ja, Esri, äh, äh, das ist Pokémon. Jetzt wehrt sich Chara erstmal von der Ends aus. Natürlich, dass das stark gegen mich ist. I choose this. Und Barak, bro. An excellent chance, Chara. I think I have no choice. Yeah, hey. Probably an excellent choice. I need to give you a list. Ja, Günther Weiblich. Chara und Ezreal haben Pokédex bekommen. I hope you will meet many other Pokémon on your way. Und jetzt wird's gleich null nervig. Hey, guys, I have an idea. Äh, what's the idea? Let's fight. Äh, ist das really a good idea? You'll have to fight sooner or later. If you, of course not, take your Pokémon as a pet. Okay, okay, let's fight. Cool, Frost. I am Günther Weiblich. You'll see how pro-fighting. I know that you can use. That you can lose. So I give you this. That it was easier for you. I can't do that. Are you ready, Günther Weiblich? Do not disappoint me. Ich mache jetzt keine Challenge oder so mit. Ich bin hier bei dem Bildschirm tatsächlich den Skin vom eigenen Trainer echt cool. Und Chara ist ein bisschen eingebildet. Das ist das Wasserhundemon, der Hund ist da. Und das ist mein... Oh, katt, wer hat das Ding? Ich sehe das gerade. Ich glaube schon, wenn ich Pech gehabt habe. Nee, hat's nicht. Ja, ich habe Kratzer und Jauler. Jauler, wuh. Okay, du, Gott, sieht das auch aus, als macht's Schaden, aber hey. Okay, du, Gott, sieht das aus, als macht's Schaden, wie viel mache ich ihn ungefähr. Klasse. Komm, senken wir unseren Angriff gegenseitig ins Hohnenlose. Das wäre doch echt Schäfte. Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Döder-Budel. Willkommen auf meinem Kanal, so spannende Pokémon-Kämpfe. Seht ihr nur hier, abonniert mich. Und lasst den hier da. Oh, es geht an. Boah, es ist so ein krasser Kampf. Okay, es macht keinen Damage mehr, also ziemlich. Zwei. Jetzt gehe ich ab. Warum hat das Ding eigentlich schon Tackle und ich nur Kratzer? Ich gewinne es. Zieh, Hotwing! Zieh! Ich bin ein toller Pokémon-Trainer. Äh. Ja, ich werde gleich heilen müssen. Ich habe ja genug von den Beeren gesammelt. Oh, come. Goooott! Yay, der Club startet von vorne. Ich werde nicht verlieren. Hallo. Wenn ich rausgehe. Ah. Ich bin anscheinend, wenn ich rausgehe. Hm. Auf welches Pokémon? No-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo-joo. Lett mich! Lett mich zwöl mal in Kreis. Den Spruch habe ich ja vorliegen, ich lasse, ne? Wieso macht der wieder drei Schaden, Junge? Ich verliere das, im Original-Video habe ich gewonnen! Komm, eintank ich noch! Wenn er nicht krittet! Du nervt! Ich finde die Fake-Kamilie dort auch nicht schlecht aus, ich habe die mal ein bisschen kleiner gemacht, die war vorher ein bisschen arg groß. Der hat insgesamt 34% des B-Chings verwechselt. So, und jetzt kommt die gute Nachricht! Wir haben jeden Moment gewonnen! Level 6 Das ist nicht mehr wert! Aber reicht nicht ganz für Level 7, weil da will ich eine Feuerattache erlernen! Und, not bad, not bad! Und dann will ich jetzt eine Feuerattacke gegen das Pflanzen-Pokémon von Azrael haben! Oh, you surprised me! I hate the Pokémon! Oh! Er heilt mich Pokémon! Ja, okay, Seemobs können es schon sein, aber... LOL! Facecam hat einen Delay! Ich hab grad den Spaß meines Lebens! Die Facecam hat einen Delay von fast einer halben Sekunde, habe ich das Gefühl! Also... Nee, warte! Auf jeden Fall ist meine Handbewegung ein bisschen anders, wenn ich zu schnell bin! Zurück zum Thema! I wanna try to... Please be gentle with my Pokémon-Dintel-Weiblich! Yay! Cups gegen Azrael! Und das ist sein Pflanzen-Glumander! Los, Hotwing! Du schaffst das! Ich hab aber... Ich glaub, ihr könnt beide tackle und ich nur kratzen! Oh, er senkt meine Defense! Aber ich mach schon ordentlich Schaden, deswegen... Bleib ich einfach bei der Technik! Wie viel machst du? Ich hab' den Schein an, aber ich kann mich machen... Waaaaah! Liebes Mädchen, die Folge mit jetzt... ... und Level 3! Hey, lady. Leider, die mal lernen zu gut, oder? Ich ne, mein Pokémon. Oder will 8 das auch noch hören? You so good! I not English! Geh, ich sprech den jetzt so. Wow, you really cool! Schon wieder. It seems you've already friends with your... Oh, Gott, man! Jeder, der irgendwie Englisch kann, kriegt hier gerade einen Anfall. Kann das sein? It seems you have already friends with your Pokémon. Ich hab schon viele Freunde mit meinem Pokémon, aber ich hab mich noch nicht mit ihnen angefreundet. You just go like me. Okay, I'm going to the first gym leader. It's pretty far away. No better. Toller Beitrag von mir. No better. I need to give you this. Woo! Rennschuhe! And if you want to catch new Pokémons... Es heißt Pokémon! Du! I got Pokéwelle. I need to go with me again. Ich hab keine Ahnung wie die Rennschuhe funktionieren. Ah, hi! Dann geh ich mal auf die erste Route. Oh, Nidoran hab ich hier noch gar nicht gesehen. Ich darf mich auch nicht verwehren lassen. Im Video steht hier voll der Pokédexis. Aber da steht dann zum Beispiel Stand am Ende der Originalfolge 2 von 5. Das heißt nicht, es gibt nur 5 Pokémon. Das heißt, ich hab 2 gefangen und 5 gesehen. Im Moment müsste da 1 von 4 drin stehen, weil ich habe dieses Nidoran und alle 3 Starter gesehen. Und nur den 1 Starter hier hab ich schon. Glut! Boah, die Animation ist cool gemacht. War die in der 5. Gen ab, die das Ganze ziemlich aufbaut auch so. Naja. Da oben ist übrigens Medizid auch, wenn man es nicht sieht. Pokéwelle. Looooos! Pokéball! Wie geil, das mach ich jetzt immer, wenn ich einen Pokéball werfe. Ich hoffe, es gibt keine legendären Pokémon in dem Game. Das könnte dann etwas schlimm werden. Yay, Nidoran. Jaaa, wie nenne ich Nidoran? Wernlack. Kacke, ich kann keine Namen vergeben. Wie nenne ich das Ding jetzt? Nidoran, jetzt. Nidoran, jetzt. Nidoran, jetzt. KRAAN KRAAN Weil Nido KRAAN Versteht Ich weiß Hier ist ein Froggitz Also Den habe ich in der Also ab hier ist es komplett blind für mich Warum gibt es den nicht? Ich fange hier nicht im Ernst Sorry Den fange ich nicht Ich bin hier jetzt so'n Arsch Der hat mal ein anderes Glück Wenn der mich jetzt vergiftet Ich hab Spaß in Pokémon Ich hab Spaß in Pokémon Ich hab Spaß in Ich hab Spaß in Überhaupt nichts Boah ich bin hier aber trotzdem bald so lustig Ich bin froh dass es endlich geklappt hat Nach so vielen Tests Dieses Video umzusetzen Cool ich nehm echt dauerhaft Schaden Gerade Oh das Ding gibt es hier, cool Ich hatte nur ein Kaumalat Und die Dingsbums Ich bin jetzt angetroffen Im Originalvideo Das Kaumalat Hat man auch schon am Start gesehen das hieß Dingsi Und ich hab's in den letzten 35 Sekunden gefangen Und ich fand's toll Oh 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 Ey ich hab vergessen los Pokken Becken das tötet obwohl's nicht sehr effektiv ist Ich fand ja den Karten Becken das tötet obwohl's nicht sehr effektiv ist Und ich noch bei so low leveling bin Ich würde sagen, für heute reicht es mit dem Poketel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao. Mit nem Schau, klust.